Willkommen zu einer neuen Techview Vlog. Diesmal befinde ich mich wieder in Auckland, diesmal auf dem Universitätsgelände von Auckland und hinter mir sieht man ein bisschen Clocktower und ein bisschen was Skytower. Clocktower von der Universität selber und Skytower eben von der Stadt selber. Und diesmal soll es um den Pro Modus des Sony Xperia 1 gehen. Pro Modus? Nee, eigentlich der manuelle Modus der Kamera. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich schon so eine gute triple 12 Megapixel Kamera habe, kann ich die nicht auch für Street View Photography benutzen. Also für ganz normal hier Schnappschüsse schießen. Das funktioniert. Das geht. Und ich will euch zeigen, wie ganz genau. Schauen wir uns also die Kamera ein bisschen genauer an. Zunächst einmal gehe ich in Modus hinein und aktiviere den manuellen Modus. Und hier sehen wir jetzt auch meine Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Zum anderen habe ich Weißabgleich und auch eine Korrektur auf Auto gelassen bzw. auf Null. ISO lasse ich auf Auto, weil es sollte schon automatisch funktionieren. Was ich aber gemacht habe, ist tatsächlich die Belichtungszeit eingestellt. 1.000 ist gerade eingestellt, weil es sehr hell und sehr, sehr verdammt hell ist hier im Grunde genommen. Und die Blende natürlich ziemlich offenblendig ist. Manueller Fokus habe ich eingestellt, damit ich tatsächlich auch Schnappschüsse schießen kann, ohne dass mir das Ganze um die Ohren fliegt. Hier kann ich die Sache einstellen. 1.000 ist glaube ich vom Gefühl her gut. Ansonsten kann ich hier nochmal auf Fokus gehen und habe den Fokus jetzt auf diese Stufe hier gestellt, die von Erfahrungswerten her mir bisher die besten Fotos so bringt, was eben auch die Qualität angeht. Das heißt, was eben auch alles scharf angeht. Das heißt, die Schiefentiefe ist auf jeden Fall da und das ist eben das Wichtigste. Ansonsten müsst ihr mit dem Regler rumspielen, je nachdem, was ihr denn so meint. Aber da eben, dass alles so kleine Sensoren sind, ist glaube ich meistens alles scharf, wenn ihr das genauso einstellt, wie ich es hier jetzt gemacht habe. Von bis zum, sagen wir mal, halben Meter bis zum Rest ist im Grunde genommen fast alles im Fokus, wenn man diese Einstellungen tätigt. Und dann kann man eigentlich auch schon losgehen und Fotos schießen. mit der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das coole an der ganzen Geschichte, ich kann diesen Shutterbutton hier oben benutzen und wenn ich den halb durchdrücke, passiert im Grunde genommen außer dass das Interface verschwindet, nichts. Das heißt, er fokussiert auch nicht. Es wird also kein Autofokus-Hunting oder sowas geben, sondern er nimmt, und gerade weil eben auch die Geschwindigkeit bei 1.000.000 ziemlich schnell ist, sehr schnell gute Fotos auf. Ist also ideal für Street Photography. So, das Einzige, was mir nicht gefällt an der ganzen Geschichte, ist, dass man das nicht im Videomodus benutzen kann. Das wäre natürlich noch eine schönere Sache, wenn ich das auch im Videomodus benutzen könnte, den ganzen manuellen Kram, den ich hier einstellen kann mit der Kamera. Das geht leider nicht. Da muss ich also Abstriche machen, was das angeht. Und ich würde mir wünschen, dass die Camera Pro App auch für das Xperia 1 kommen könnte, damit ich halt noch ein paar andere Sachen einstellen könnte, wie beispielsweise die Möglichkeit, eben auch manuell fokussieren zu können, wenn ich im manuellen Fokus-Modus bin, indem ich einfach auf den Screen tippe und dann einfach eben fokussieren könnte. Das wäre eine tolle Sache. Kamera Pro App sollte so etwas vielleicht mitbringen, weil das wäre auch so ein Snap-Fokus, wäre vielleicht auch nicht schlecht für Street Photography. Aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, eine gute Kamera App. Was haltet ihr von der ganzen Kamera App? Schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr noch Tipps und Tricks habt, könnt ihr das natürlich auch hinterlassen. Das war es für diesen kleinen Vlog. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.